Damit will ich nichts zu tun haben. Ich mache mit solcher Ware keine Geschäfte. Das ist eine Flucht und ich weiß es. Warum? Nicht für Lisbeth. Nicht für ihre absurde Eichs, ihre Sarcatsme, ihre stöpfe nach Dominanz und Kontrolle. Nicht für ihre verbalen Superiorität, ihre Tyrades, ihre Monologen. Nicht für die Russen, die schwierigkeiten, die problemen. Nein, dafür nicht. Es ist ein Gott, was mit dir passiert. Hey. 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 Hey.